Shalom Aleichem an alle. Heute haben wir eine Frage an die Zuschauer, die mir sehr interessiert zu wissen, was will die Tora und Rashi hier zu erklären über die Idee vom Adler. Ich erzähle euch, um was es geht und dann helfe mir zu finden die Lösung. Steht geschrieben in 2. Buch Mosche, Abschnitt Jitro, 2. Buch Mosche, Kapitel 19, Passuk Dalet. Ihr habt gesehen, dass ich an Mitzrayim getan, während ich euch auf Adlerflügel hob und euch mitbrachte. Also steht geschrieben, dass Hashem hat uns gebracht, Alkan Fene Sharim auf Adlerflügel und er hat uns gebracht zu sich. Sagt Rashi, Alkan Fene Sharim auf Adlerflügel, wie der Adler seinen Jungen auf seinen Flügeln trägt. Denn alle anderen Vögel nehmen ihre Jungen in ihre Füße, weil sie sich vor einem anderen Vogel fürchten, der über ihnen fliegen könnte. Aber der Adler fürchte sich nur von dem Menschen. Er könnte ihn mit einem Pfeil treffen, weil kein Vogel höher fliegt als er. Darum nimmt er sich auf seine Flügel, indem er denkt, lieber soll der Pfeil in mich einbringen, als in meine Kinder. Also, was steht hier geschrieben? Warum sagt Hashem, dass er uns genommen hat auf einen Flügel von Adler? Alle anderen Flügel, sagt Rashi, nehmen ihre Küken in ihre Füße und fliegen, weil sie haben Angst vor Flügeln, die über sie sind. Aber der Adler, der am höchsten fliegt, der erhält nicht seine Kinder mit seinen Krallen, mit seinen Füßen. Der legt seine Küken auf seinen Rücken, so wie ein Papa. Und er fliegt, weil er hat nur Angst, von einem Menschen von unten soll er nicht schießen. Und er sagt, der Adler, es ist besser, dass ich sterbe und nicht mein Kind. Also, ich will mein Kind retten, soll ihm nichts passieren. Okay? Genauso ist auch Hashem. Auch ich habe so getan. So wie es steht geschrieben, Kapitel 14, 19. Da brach der Engel Gottes auf und begeb sich zwischen der Lage von Mitzrayim und so weiter. Die Ägypter schleuderten Pfeile und Würfsteine. Und die Wolke fing sie auf und auch zu mir brachte, wie der Targum sagt, zu meinem Dienst. Also, schöne Rashi, interessante Rashi und mit einer großen Frage an euch. Meine Kinder, meine Familie, wir waren alle zu spazieren im Taunus, hier neben Frankfurt. Und oben auf dem Berg in Feldberg, glaube ich, gibt dort einen Turm und nebenan so ein kleines Vogelmuseum. Nun, wir sind reingekommen, es kostet ein paar Euro, aber es lohnt sich und es war ein sehr netter Madrich, ein Zoo-Begleiter, der hat uns wirklich sehr viele Sachen erzählt und gelernt. Wir haben dort sehr viele Sachen gelernt. Wir haben gelernt, welche Eier sind koscher, eine Seite spitze und eine Seite rund. Der hat mir gezeigt, dass Adler und Raubvogel essen keine Schweine und darum essen die Juden keine Schweine. Man kann nur Rashiur machen über diesen sowas haben wir dort als religiösen und geistigen und Tora-Sachen gelernt. Natürlich, dieser Rashi von dem Adler war bei mir sehr präsent. Da habe ich gefragt, ob es gibt irgendeine Adlerart, der legt seine Kinder, seine Küken auf den Rücken und er fliegt mit denen auf den Schultern. Sagt er mir, nein, er kennt nicht sowas, er hat nicht gehört von sowas und er glaubt nicht, dass sowas gibt. Hm, was soll ich jetzt machen? Rashi sagt, dass sowas existiert. Ein Zoolog, ein Biolog, ich weiß nicht, wie er heißt, Vogelforscher, gibt es bestimmt einen Namen, Zapar, also einer der Vogelforscher, hat mir gesagt, gibt es nicht so einen Fakt, dass ein Adler trägt seine Küken auf dem Rücken. Meine Frage an euch, wie kann man lösen, die Sache von Rashi? Vielleicht Rashi sagt das nur als Fabel, Legende, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber wenn Rashi sagt, scheint es so zu sein. Also auf eure Antwort wird mich sehr freuen zu wissen, was ihr sagt dazu. Shalom. schau und das .